Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Astrox Imperium. Ja, in der letzten Folge war ich doch einfach zu doof gewesen für den einen Skillpunkt, naja, herauszufinden. Denn ich vergesse jedes Mal immer wieder, dass es hier zwei Seiten gibt. Und da haben wir auch den Freak and Ship Operation und somit können wir auch dementsprechend jetzt auch unser neues Schiff fliegen. Ja, also ich war da hier komplett durcheinander gewesen und hab mir gedacht, ach Gott, wo, ich war auf so vielen Stationen gewesen. Und bis ich da mal genau, richtig mal geschaut hab, ach Gott, es gibt ja noch eine zweite Seite. Okay, hier ist die Freak and Ship Operation und bei dieser Station in Despen Enterprise gibt es halt noch die Cruiser, Carrier, Destroyer, Battlecruiser und die Threadnought. Ja, und ja, das Gute, was auch noch hinzugekommen ist, wir befinden uns zurzeit bei der Version 0.000073. Ich glaub, das war eine 0 zu viel. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, die Spielgeschwindigkeit jetzt als Hotkey, sag ich mal, zu verändern. Ja, also es wird auch hier dementsprechend angezeigt. Ich hab vorhin mal nachgeschaut, bei den Hotkeys, ah, GameSpeed, GameSpeed, uff, okay. Weil ich wollte ja den GameSpeed eher auf die NumPad-Tastatur machen, auf Plus, Minus. Ich denke mal, das wird die in der nächsten Zeit noch eingefügt. Und ja, aber hier sieht man dann auch, welche Hotkeys das sind. Man muss halt bedenken, das ist jetzt von der englischen Tastatur rausgenommen. In der deutschen Tastatur wäre es halt, ähm, oben, ähm, ja, bei der ganzen, ja, wie soll ich sagen? Ah, oben, bei den Zahlen, also, das scharfe S, sag ich mal, wo das Fragezeichen ist. Dort kann man die, die Spielgeschwindigkeit normalisieren. Und rechts nebendran, beziehungsweise links neben der Rückstell-Taste, kann man halt die GameSpeed erhöhen. Ja, gut, okay. Ich weiß gar nicht, wie man die, die oberste Reihe von der Tastatur nennt. Und, weißt du, da ist man schon seit knapp 25, schon sogar noch länger, spielt man am PC und weiß immer noch nicht alles, wie die meisten Sachen heißen auf der Tastatur, ja. Ach, das ist ziemlich traurig, ne? Okay, wir fliegen zurück nach... Im Selvo, tralala, ja. Ja, wir werden jetzt da unser kleines Schiffchen holen, beziehungsweise auf unser neues Schiff umsteigen. Und dann versuche ich auch, ähm, noch diese Basic Quad Rocket Launcher zu bauen, denn ich hab ja in der letzten Folge, oder in der vorletzten Folge, hab ich ja etwas, äh, bisschen Bergbau getrieben. Damit ich dieses Iron Coring bekomme. Und die Raketen brauchen das Zeug halt, also diese Quad Basic, oder die Basic Quad Launcher benötigen halt dieses Zeugs, um so was herzustellen. Und ja, aber zuerst wechseln wir auf unser neues Schiff, Shipyard. Auch hier, wie gesagt, es gibt hier eine zweite Seite. Ich hätte bräuchten, einfach nur rüber zu klicken, und da hätte ich's auch, ja, diese Option, oder beziehungsweise diese Operation gehabt. Was auch neu dazu gekommen ist, in der Version, äh, 0.7.3 sag ich mal, es besteht eine Chance von 20%, dass die Waders, sag ich mal, epischen Loot toppen. Jetzt weiß ich nicht, ob es auch hier in diesem Fall von, ähm, sag ich mal, ähm, ja, Sandbox, weil ich hab ja, äh, 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 ja. Jetzt muss ich wirklich nachschauen, was ich dort ausgewählt habe, ja, ja, sorry, weil es gibt ja die Möglichkeit, im Sandbox-Modus zwei Arten auszuwählen, und zwar einmal, einmal, ja, den, äh, Freeplay, ja, genau, Freeplay-Modus, und aber auch einmal den Original-HSE-Modus, also Hostel Space Extravation. Denn es gibt dort eine Möglichkeit, dass die Waders, ähm, Loot, äh, droppen, Spawn Frequency, 200 Seconds, Wader Attack Damage Modifier. Jetzt, pff, eher fraglich, ob man das auch hier in der Galaxie und Co. dies einstellen kann. Das weiß ich jetzt ja nicht. Eher fraglich. Ich wollte ja so oder so vielleicht wieder ein neues Spiel starten, mit, ja, Mods, ja, mit normalen Sachen hier. Ich weiß aber noch nicht. Ja, also hier kann man, glaub ich, nichts einstellen. Okay, gut, dann beenden wir das. Gehen hier auf Continue, auf unseren Spielernamen, oder beziehungsweise auf unsere Safe Game, und ja, erstmal Shipyard, Shipdog, und, jawohl, da ist unser neues Schiff. Uh, wie sieht's aus? Oh, wo sind unsere Mercs? Wo sind unsere Mercs? Cargo out of range. Sind die jetzt da bei dem anderen Schiff? Oh, das wäre ein bisschen doof. Das wäre ein bisschen doof. Oder sind die draußen? Nee, ne? Das ist noch unser altes Schiff. Nee? Oh. Wo sind unsere Mercs? Ich glaub, ich muss erstmal hier die Sachen hier rüberbringen. Upp. Okay. Und dann das hier auswählen. Auch bitte nicht verkaufen. Ich würde sterben. So, denn wir haben ja einmal die Garage, ja, mit zwölf Slots. Denn wir haben auch die Möglichkeit, jetzt diese Basic Quad Launcher herzustellen. Denn die brauchen 18 Ironcoring. Haben wir. Brauchen 18 Steelium. Haben wir nicht. Das haben wir ja mal, ja, leider verkauft. Denn hier, dort gab es ja die Steelium Beams. Und, ne. Steelium ist wieder was anderes. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Steelium Pipes. Steelium Beams. Okay, das ist wieder ganz was anderes. Ich glaube nicht, dass die hier die Steelium Beams meinen. Wir kaufen mal ein paar, ich sag da ein paar Stück eigentlich, ich probier's mal. Aber das wird nicht funktionieren. Ähm, Fabricator. Ah, stopp. Das rein. Ja, hier am Steelium. Die brauchen dieses rohe Erz. Die brauchen das rohe Erz. Und ich glaube nicht, dass ich das wieder refinern kann. Ne, es geht nicht. Schade. Okay. Das heißt, wir können das noch nicht holen. Ja, wir brauchen wirklich die Basics. Quad Launcher könnte ich kaufen. Ja. Äh, hier Singles. Oh, ja. Die brauchen jeweils, noch mal ein bisschen doof. Vier Stück. 375.000, so viel Geld haben wir nicht. Wir kaufen, wir haben drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 16 Stück benötigen wir. Ja. So, 16 Stück. Dann schauen wir mal, was es für Missionen gibt. Ah, hier sind meine Schiffe wieder. Oh ja, hier sind meine Schiffe wieder. Du, 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 du. Ich immer mit so einem kleinen Schiff hier. Das gibt's noch nicht. Das ist seltsam, seltsam. Egal. Wir schauen mal, was wir noch hier holen können. Harvest. Quedin Ohr. Okay. Collect. Wir nehmen das hier mal. Jawohl. Garage. Wir nehmen die Small Improved Miner. Oh, Moment. Ich hab ja noch bei dem anderen Schiff, gut, dass ich das noch nicht verkauft habe. Äh, B-B-B-B-B-Chip Yard. Wir haben ja noch bei diesem Schiff hier, Garage, hier, die ganzen Sachen. So, da kann ich wieder umsteigen auf Chip-Doc. Jawohl. Jawohl. Und Garage. Oh, Kerl. Oh, Kerl. Immer wenn man so schnell ist, ich muss die ja noch rüberziehen. So, jetzt aber. So, wir haben jetzt halt das hier und das hier. Gut. Die Active. Okay, machen wir hier die Forsters hinein. Den Basic Energy Capacitor. Okay, das ist schon 400 mehr. Also, wir sind hoffentlich gut bestückt, wenn es wieder Feinde gibt. Wir haben, ja, viel Frachtraum, passt. Ansonsten, Garage, ne, Market. Wir schauen mal danach. Ja, nichts Weltbewegendes, Blaupausen. Wie gesagt, oh, die Basic Panther Launcher. Oh, die sind da noch. Die brauchen, oh, Basic Panther. Das sind sechsfach Raketenwerfer. Ja, davon nehme ich eine mit. Hier, Basic Triple Launcher. Okay, das wurden auch viele, viele Blaupausen hinzugefügt. Oder sehe ich das jetzt da verkehrt? Oh, so ein schöner sechsfach Raketenwerfer für 27.000. Und eine Dreier kostet doch 35.000. Komisch. Production. Gut, hier, Y. Das heißt, man kann nur den einmal bauen. Haben die das jetzt auch verändert? Nee, ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, 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 ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich nehme mir mal eine mit. Ja, wir setzen den dorthin. Und werden dann auch jetzt einmal die Mission erledigen. Ähm, ja, okay. Wir sind ja hier in der Nähe. Wo sind meine Schiffe? Oh, wo sind meine Schiffe hin? Ach, die sind dort unten? What? Warum seid ihr dort unten? Okay, wir können jetzt hier relativ zügig Ärzte abbauen. Das finde ich schon sehr, sehr geil. Gerade mal nachschauen, wie viele Punkte ich noch habe. Zwei Skillpunkte. Okay, so what. Okay, jetzt sind wir wieder in Begleitung von schönen Jägern. Und wir, ja, wie gesagt, es geht relativ sehr, sehr zügig mit diesen neuen Waffen. Ja, bup, das war's. Hydrogen, okay. Aber was ich schon schade finde, dass es hier wirklich nur irgendwie eine Sorte von Erz gibt. Vorerst, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Wer das Spiel länger spielt, der kann mir mal da mal Informationen geben, ob es wirklich nur dieses Adamate Org gibt oder auch andere Sachen, die man einfach so verwahrlost hier irgendwo sieht. Ich weiß es leider nicht. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben, weil, pff. Man lernt nie aus, ja. Man wird dumm geboren und stirbt auch dementsprechend dumm. Ja, also es geht relativ sehr, sehr zügig mit dem Abbauen. Gut, Fracht, okay. Ich finde es eigentlich ganz angemessen. So, jetzt müssen wir nach Ohr fliegen. Und zwar Ohr. Wir geben mal ein bisschen Gas. Aber ich bin froh, dass wir jetzt relativ ein großes Schiff haben mit äh, Moment, 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 Moment. Live Support, Afterburner, wo ist denn unser Schiff? Metals, Assets, Stats, Fleet. Pesky. Äh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ja, hier, Ship, Over, Lay. Ja, wir haben halt ein Bonus von fast 600 Schilden. Ähm, ja, Amor, Bonus von 146. Aber wieso haben wir jetzt 91? Verstehe ich nicht. Wieso haben wir jetzt 91%? Und Energie? Die geht runter. Wieso geht die Energie runter? Jetzt geht sie zügiger runter. Ähm, was, was weiß ich jetzt ja nicht. Aber wieso habe ich jetzt ja hier, ähm, Schaden erlitten? Hier sind Feinde. Und die zwei Raketen erledigen und den Rest. Bum, 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 bum. Wir schauen mal ganz kurz nach. Nein, nichts Weltbewegendes. Und auch hier nichts Weltbewegendes. Gut. Okay, dann fliegen wir mal zu der Station. Ne, stopp, oben. Da ist die Station. Einmal andocken. Dann haben wir wieder mal ein bisschen Geld. Haben wir dafür bezahlt? Ja, ne? Wir haben dafür genau, ja, 500. Das ist ja nicht gerade viel. Aber dann stört mich schon, wieso ich so viel, ähm, rum verloren habe. Hm. Jawohl. Garage, ja. We finally. We finally. Wir refinern das mal. Missions. Okay, das Refinern dauert jetzt ein bisschen. Wir haben... Wir nehmen das mal. Jawohl. Das dauert ein bisschen. So, Dünnachsohr. Ups, das war ein bisschen zu schnell. Da oben ist es. Wir aktivieren unsere Waffen. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht vom Platz her. Sonst würde ich ein bisschen was wegschmeißen. Da kann ich das aufsplitten. Ne, ne? Kann es, glaube ich, nicht aufsplitten. Zu Not. Komm, weg damit. Ich kann es ja... Hier gibt es wieder. Davon. Das hier ist mir wertvoller. Das ist mir definitiv wertvoller. Und wir haben... Ah, ne. Dünnachs Crystals. Oder auch kein Stilium. Und dann können wir das hier wieder einsammeln. Stop. Und das war's. Da können wir das hier wieder wegmachen. Und jetzt müssen wir hinfliegen nach Keyworks in Pay. Gut. Werden wir auch gleich tun. Beziehungsweise... Ja, ja. Werden wir... Bekommen wir noch Geld abgezogen. Factions. Wo ist unser Geld? 674, glaube ich. Erst wenn wir angedockt sind. Refinery? Ja. Er hat noch nicht alles, sage ich mal... Ja. Ich denke mal, er pausiert das, wenn wir die Station verlassen. Er pausiert es. Jetzt muss aber wirklich... Ohne wird es noch so ein Zug vorbeikommen. Das gibt es doch nicht. Such dir mal eine bessere Zeit. Danke. So. Dann setzen wir das hinein. Das kommt weg. Activated. Market. Carbon weg. Das weg. Das weg. Und dann fliegen wir nach... nach... nach P. Das ist... P ist... P ist... P ist... da unten. So. Und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Aluminiumschad... Beinex-Küste... Ich weiß nicht mehr, wo man das Stil umherbekommt. Von welchem... Asteoritenbrocken. Ich weiß es nicht mehr. Ach, komm schon, Leute. Immer wieder dasselbe. Egal. Kommt davon, wenn man am Arsch der Welt wohnt, dann kann man sich dann, sag ich mal, ein bisschen Lärm leisten. Naja. Sind wir noch da stehen? Ja, sind wir noch. So. Gut. Immer schön in Begleitung von zwei anderen Schiffen. Bin schon mal nett. Was mir auffällt, ist... Die Spielgeschwindigkeit ist noch nicht noch. Die ist auf drei. Weil es ist so, wenn ich jetzt hier auf normal gehe... Ist normal, aber es wird mir mal angezeigt auf drei. Naja. Stört mich eher weniger, aber... Ja, ist so, da sag ich mal, es ist nur noch so ein kleiner Bug. So, nichts Wertvolles hier dabei. Ja, wir verlieren trotzdem mal einen Haufen Schilde noch. Wobei, wahrscheinlich die Waders jetzt aber eventuell stärker sind. Äh, Standard. Ich kann halt mit meinen Lasern hier nichts anrichten. Aha. Nichts. Hier kommen ja die ganzen Raketen geflogen, ey. Wahnsinn. Auch nichts Weltbewegendes. Schade. Und... Auch nichts. So, gut. Dann fliegen wir mal zur Station. Ich werde das Ganze jetzt verkaufen. Den Rest hier ein bisschen refinern. Und dann wird dann auch heute mal Ende sein mit der Folge. Und ich muss mal die Soundtracks noch neu einfügen, denn der Dead hat mir mal einen Link gegeben, wo er die Musik etwas angepasst hat. Von der Lautstärke her, dass es jetzt nicht gerade so schlimm ist. Ja, beziehungsweise, dass die Musik, sag ich mal, auf einem Niveau ist. Von der Lautstärke her. So, basic, 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 basic Utility Tractor Specs. Cloakfield Resistance Specs. Okay. Generative 20mm Auto Specs. Okay. Light. 20mm Guns. Okay. Okay, Medium Wrap. Refinery Mission. Dönax Ohr. Nö, 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 nö. Thorium. Das könnte es gewesen sein, ne? Thorium Ohr. Ja, gut. Okay, ich refinere das mal. Und dann werde ich mal dieses Thorium Ohr holen. Und dann sehen wir uns zunächst mal wieder. Also, bis denn. Tschüss.